Dieses zu erwerbende neuwertige 6-Zimmer-Ein-Familienhaus liegt in Neuss, Rhein-Kreis. 2009 wurde dieses Ein-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 429 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 175 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 398.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.